Je klarer es wird, dass es keine Entscheidung am Schlachtfeld geben kann, desto stärker wird der Druck werden, mit Verhandlungen zu beginnen, stellt Wehrschütz in einem Betrag für die Zeit im Bild fest. Unerklärt, dass das Scheitern der Gegenoffensive für Kiew schwere Folgen hat. Präsident Volodymyr Zelensky habe offensichtlich ein extrem gestörtes Verhältnis zu Putin und umgekehrt, ohne Vertrauensbasis würden Friedensverhandlungen schwierig. Die Einschätzung gefiel dem ukrainischen Botschafter in Wien, was Silke Minetz gar nicht. In einem Beitrag auf X macht er seinen Unmut Luft. Es sei den österreichischen Zusehern verschwiegen worden, dass der Kriegsverbrecher Putin die Ukraine überfallen habe, einen genozidalen Krieg führe und Putin die Tötung, Vergewaltigung, Folterung und Deportation von Ukrainern in Auftrag gegeben habe. Warum werden diese Tatsachen von ORF verschwiegen? Wer kann das Vertrauensverhältnis zu Putin haben? So der Botschafter. Sofort leitete Armin Wolf die Gegenoffensive des ORF ein. Sie meinen ernsthaft, das würde vom ORF verschwiegen. Bei allen Respekt, aber haben sie gestern zum ersten Mal seit Februar 2022 den ORF eingeschaltet, postet der Moderator ebenfalls auf X und macht deutlich. Diese Kritik ist derzeit faktenbefreit und absurd, dass ich sie damit schlicht nicht ernst nehmen kann. Der ORF geriet auch wegen der Berichterstattung zum Krieg in Gaza immer wieder in die Kritik. Täter-Opfer-Umkehr mit Antisemitismus-Verdacht in einer ORF-Kinder-News-Sendung. Und dann stellte sich auch noch der Korrespondent des Zwangsgebühren-TV bei seiner Live-Schaltung vor ein übles Hassplakat gegen Israel. Er sagte dabei nichts dazu, er distanzierte sich nicht davon.